Ich will uns sehr ermutigen, dass wir jedes Mal, wenn wir das Wort Gottes hören, aus Menschenmund, dass wir ein offenes Herz haben. Manche von euch sind das zweite Mal da, manche verrücken sogar das dritte Mal heute da. Bitte ganz aufmerksam gucken, so, ja, oh ja, oh ja, richtig. Genau, und genau, lasst uns einfach hören, was der Heilige Geist uns zu sagen hat. Vielleicht war um ein Uhr was dabei, was der Heilige Geist, genau, die ihr jetzt nicht sagt und andersrum, sondern, genau, lasst uns einfach sehr, sehr aufmerksam sein, was der Heilige Geist uns sagen möchte und, genau, es kommt anders als geplant. So erlebt man das mit Kindern ungefähr jeden Tag, besonders sonntags. Wenn man früh los will, dann bereitet man abends ein bisschen vor und dann, genau, lässt man die Kinder so je nach Alter ein bisschen was schon selbst machen, denkt sich, eigentlich ist das ja nicht so schwierig. Man steht auf, dann macht man sich fertig, man geht ins Bad, man zieht sich an und dann geht man einfach los eigentlich. So, das ist die Theorie und dann mit drei kleinen Kindern, dann merkst du plötzlich, du machst dich selbst fertig, hast die Kinder fertig gemacht und plötzlich vergewechselt jemand das Haargel mit der Hautcreme und dann sitzt er plötzlich da mit lauter Haargel im Gesicht oder der andere malt mit den Stiften schon mal die Fliesen nach auf dem Fußboden. Der andere, der läuft durch die ganze Wohnung mit einem Apfel im Mund und lässt immer wieder so lässig ein paar Stückchen fallen und der dritte oder letzte hat plötzlich die geniale Idee, dass er seine schicke Sonntagskleidung doch austauscht gegen das neue Ronaldo-Trikot. Und dann merkt man das aber erst an der Gemeinde und denkt sich, nein, wo ist das schön gebügelte Hemd mit der Krawatte? Genau. Also oft planen wir Dinge, aber es kommt dann irgendwie anders und bei Ostern war das leider auch so aus der Perspektive Gottes. Und genau, wir wollen nochmal zurückgehen zu Gethsemane, weil da der Ort ist, wo es sich entscheidet, wie die Jünger erlebt haben, was am Kreuz und bei der Auferstehung passiert ist. Genau, das war für mich so eindrücklich, habe ich noch nie so klar gesehen, dass die Vorbereitung alles entscheidet. Wenn ich nicht vorbereitet bin, dann werde ich den Segen nicht empfangen. Wenn ich mein Herz nicht vorbereiten lasse, werde ich die Heilung, werde ich den Sieg nicht davon tragen können. Und Gethsemane ist mir persönlich so ein kostbarer Text geworden, weil es an der Stelle wie wahrscheinlich kaum an einer anderen Stelle ausnahmsweise diese Menschlichkeit Jesu so klar hervorsticht. Wir haben das sicher bei der natürlichen Geburt quasi von Jesus, wo wir sehen, okay, er war nicht ein Engel, der vom Himmel einfach herabkam, sondern es war ein Mensch, der geboren wurde. Aber ganz besonders bei der Begebenheit in Gethsemane sehen wir diese Ausnahme, wo Jesus plötzlich mit Angst zu kämpfen hat. Mit diesen eigentlich völlig menschlichen Zügen hat plötzlich der reine Sohn Gottes zu kämpfen, der sich vom Heiligen Geist leiten lässt wie kein anderes menschliches Wesen. Aber auch er wird betroffen davon, dass er plötzlich kämpft mit der Angst. Und interessant ist, finde ich auch, wenn man so liest, wie Jesus betet, Vater, bitte nimm diesen Kelch von mir, wo so stark wird, dass Jesus einen eigenen Willen hatte, wo ich mir vorstelle, dass garantiert der Feind ihm eingeflüstert hat, hey, noch ist die Möglichkeit zu fliehen. Du bist jetzt einen weiten Weg gegangen, hast einen gesegneten Dienst gehabt, noch ist die Zeit zu fliehen. Hast doch den Willen Gottes getan. 99 Prozent. Warum dir diese letzte Anstrengung geben, warum nicht letzt fliehen? Und dieser Ölberg lag tatsächlich, sieht man auch in 2 Samuel, an einem Weg, was ein typischer Fluchtweg aus Jerusalem heraus war. Und wo Jesus sicherlich diese Gedanken, haben wir nicht in der Bibel, aber sicherlich würde sehr gut dazu passen, wie der Feind ihn attackiert hat und wie er selbst auch betet, wo er darum ringt, dass er das nicht tun muss, was er eigentlich schon sehr lange weiß. Interessanterweise sehen wir aber, dass Jesus sehr, sehr entschieden ist. Er kommt nicht ein oder zwei Stunden vor der Gefangennahme nach Jerusalem, er kommt eine ganze Woche, sechs Tage, sagt Johannes 12, kommt er vorher in die Nähe von Jerusalem. Er ist nicht die ganze Zeit in Jerusalem, bei Bethphage und Bethanien hält er sich auch auf, aber er bleibt nicht in Galiläa für den Rest, die ganze Zeit davor und sagt seinen Jüngern noch nicht, bleibt ihr mal da, macht es euch mal gemütlich und ich komme so kurz, kurz vor Schluss komme ich noch dazu. Nein, Jesus entscheidet sich mit all seinen Jüngern eine Woche vorher, sich vorzubereiten auf den wichtigsten Tag in seinem Leben, den wichtigsten Tag der Menschheit. Und ich stelle mir so vor, dass dieses Gethsemane, wo wir gleich reingucken, dass das so ein Moment war, den auch andere Menschen in der Bibel schon erlebt haben. Ich denke da zum Beispiel an Abraham, was er für einen Kampf gehabt haben muss, bevor er Isaac tatsächlich aus seinem Herzen rausgelassen hat quasi, als er sich aufgemacht hat mit seinem Sohn und er wusste, Bestimmungsort ist Berg Moriah, wo ich meinen Sohn opfern soll. Was in dieser Nacht an seinem Herzen vorgegangen ist, war wahrscheinlich in Grundzügen ähnlich, was wir in Gethsemane finden. Oder wenn wir an Hiob denken, was er für Hiob's Botschaften bekommen hat, wo er davon erfahren hat, dass er alles verloren hat, seine Familie, seinen Besitz. Oder auch Josef in Ägypten, als er im Brunnen saß, diese erste Nacht im Brunnen oder dann auch im Gefängnis als Sklave, welche Kämpfe er im Gefängnis hatte. Und wo wir aber sehen, irgendwie hat er es geschafft, irgendwie hat Jesus es geschafft, dass dieser Kampf ihn nicht bitter, sondern besser gemacht hat. Wo wir sehen, Herausforderungen machen, müssen mich nicht hart machen, sondern können mich voranbringen. Und da darfst du jetzt mal mit mir aufschlagen, in Lukas 22, wo ich die Verse lese, 39 und folgende, wo Jesus beschreibt, was er sich von den Jüngern wünscht und genau, was er aber auch erleidet. Da heißt es in Lukas 22, Vers 39, und er, also Jesus, ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Und als er an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du diesen Gelich von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und als er vom Gebet aufstand und zu seinen Jüngern kam, fand er sie schlafend vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Ja, Jesus hat hier einen Kampf zu kämpfen, den man gar nicht so erwarten mag. Als gewohnter Bibellese ist diese Stelle natürlich nicht neu, aber zu sehen, wie Jesus plötzlich in eine Bedrängnis kommt, emotional, ist schon erstaunlich. Das Johannes-Evangelium erwähnt davon gar nichts. Da hat man den Eindruck, dass Jesus souverän durch seine Leiden durchgeht. Die anderen Evangelisten beschreiben das sehr, sehr tief und eindrücklich. Wie wir gerade gelesen haben, in ringendem Kampf. Er betete noch stärker, tiefer, schweißtreibender. Sein Schweiß wurde wie Blutstropfen. Also das war ein innerer Druck und Kampf, den man sich als Mensch kaum vorstellen konnte. Und das hatte nichts damit zu tun, dass seine Umstände irgendwie jetzt schwieriger wurden nur. Dass er jetzt plötzlich so Angst vorm Kreuz bezüglich seiner körperlichen Qualen bekommen hätte, sondern ich glaube, dass das ganz stark damit zu tun hatte, dass in seinem Herzen diese göttliche Sehnsucht, eins zu seinem Vater, in Gefahr stand und ihm das jetzt so stark bewusst wurde, wie nicht davor. Er wusste davon zuvor. Er wusste von Anfang an, was auf ihn kommt. Er wusste von Anfang an, wer ihn verraten würde. Er wusste, auf was er sich einließ. Und trotzdem wird ihm das plötzlich bewusst und seine menschlichen Emotionen und seine Seele werden beeinträchtigt, weil ihm das eben viel tiefer bewusst wird, viel tiefer als bisher zuvor. Und ich finde das so interessant und so stark, wie er sagt, in Markus Evangelium besonders, nimm diesen Kelch von mir. Meine Knie zittern, Vater, ich will nicht. Ich will diesen Weg nicht gehen, weil ich Angst habe, wie es ist, von deinem Zorn getroffen zu werden, wie es ist, ohne dich zu sein. Weil mein ganzes Wesen, mein ganzes Sein, mein ganzer Sinn, meine Existenz darauf begründet ist, eins zu sein mit dem Vater. Und wie krass wir das sehen bei Jesus, Jesus ist eine Sache, aber bei den Jüngern, die auch im Garten Gethsemane waren, bei ihnen ist das anders, weil sie nicht in Gefahr stehen, dass der Vater sich trennen würde von sie. Sie stehen nicht in Gefahr, dass der Vater seinen Zorn gegen sie richten würde. Sie stehen eher in der Gefahr, dass sie Kontrolle und Bequemlichkeit verlieren. Weil, wenn sie wissen, dass Jesus verhaftet wird, dann stellt das natürlich die Frage, ja, was ist mit mir, der ich vielleicht mit Jesus gehe? Werde ich auch verhaftet? Kriege ich auch Schläge? Muss ich auch sterben? Und diese Fragen nehmen ihnen die Sicherheit, ja, befördern sie ziemlich schnell aus der Komfortzone. Und Jesus sagt in Vers 46, und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchen kommt. Wenn ich an Abraham denke, wenn ich an Hiob denke, an Josef denke, dann stelle ich mir vor, wie sie nachts in ihrer Zelle, in ihrem Zelt auf und ab gingen und diesen Kampf kämpften. Aber ich frage mich, kämpfen wir diesen Kampf immer? Wenn wir merken, mein Herz macht mir Probleme, da habe ich Anklagen, vielleicht schon seit Jahren, da ist es für mich schwierig, in einem Familienkreis zu sein, da ist es schwierig, auf einer Arbeitsstelle zu sein. Ich gehe hin, weil ich muss, weil ich es immer gemacht habe und jetzt nicht einfach sagen kann, ja, tschüss, ich gehe jetzt, ihr seid doch alle blöd, weil ich ein Gesicht zu verlieren habe, ich da Kämpfe habe, aber ich das Tag für Tag, Woche für Woche immer wieder beiseite schiebe. Und ich nicht merke, wie ich den Sieg bekomme. Jesus am Ende, er hatte den Sieg. Er konnte sagen, ich weiß, der Versucher, er kommt jetzt gleich, ich gehe ihm entgegen. Ich tue nicht so geistlich und knie noch weiter und irgendwann kommt Judas, Entschuldigung, darf ich dich stören beim Gebet? Du wirst jetzt übrigens verhaftet. Sondern er geht ihm entgeben, er steht auf, entgeht seinem Verräter, er geht den Soldaten entgegen, weil sein Herz fest geworden ist, weil er einen Sieg im Herzen hat. den Frieden des Heiligen Geistes im Herzen hat. Und das ist oft der Punkt, wo wir nicht hinkommen, wo wir vorher aufhören zu beten, wo wir vorher aufhören, uns unser Herz bearbeiten zu lassen vom Heiligen Geist. Gethsemane, das Wort bedeutet, diese Ölpresse. Das war dieser Ort in der Nähe von Jerusalem, wo dieser Berg war, der bedeckt war mit Ölbäumen und wo es so damals wohl üblich war, dass jeder Besitzer von einem kleinen Stück Land, den er so ein klein bisschen eingezäunt hat oder eingemauert hat und viele Ölbäume dastanden, da waren die Bäume, da war die Kälter und da war eine kleine Hütte, wo man zum Beispiel das Werkzeug lagerte oder wo Jesus, so nimmt man an, auch in den letzten Tagen vor seiner Kreuzigung mit seinen Freunden übernachtet hat. Und ich stelle mir vor, dass Jesus in den Nächten davor viele Male gebetet hat, aber jetzt kommt das mit einem Bewusstsein, mit einer Klarheit in sein Herz und er fängt an zu wanken, emotional. Warum hatte Jesus diesen Kampf? Es war nicht wegen Judas, weil er plötzlich doch Bitterkeit in seinem Herzen zugelassen hat oder weil er doch plötzlich genervt war von diesem sturen Volk, er war nicht wegen seiner irdischen Feinde, sondern wegen, wie gesagt, der Trennung vom Vater so beschwert. Und das war so diese seelische Schwäche von ihm als Mensch, der diese göttliche Sehnsucht nach Einheit mit Gott nicht aushalten konnte. Und ich frage mich, habe ich diese Sehnsucht nach Gott, diese Einheit mit ihm zu erleben? Oder bin ich oft zufrieden mit einem Gebetsleben, was Segen orientiert ist, anstatt Einheit mit dem Vater zu begehren? Und es kann sein, dass wir manchmal nach Jahren Christ sein, nach Jahren Beziehung mit Jesus, immer noch ein segensorientiertes Gebetsleben haben und nicht diese Einheit mit dem Vater suchen, die ich nicht einfach so vom Himmel geschenkt bekomme, sondern wo es so diese Ölpresse braucht, wo mein Herz durchgeknetet wird, wo mein Herz wie diese Ölpresse, damals hatte man so, dass man da so eine Rinne hatte, eine runde Rinne, wo man immer wieder durch einen Esel angetrieben, immer einen Riesenstein, der vielleicht einen Meter, zwei Meter Durchmesser hatte, den man im Kreis drehte und immer wieder neue Oliven hinschüttete, die dann durch dieses Schwere, durch das Gewicht des Steins ausgepresst wurden und das Öl rausfloss. Das hat man dann nochmal gefiltert. Aber ich frage mich, ist mein Gebetskämmer allein eine Ölpresse, wo gepresst wird und wo dann auch das Öl fließt? Oder es ist oft so, dass wir unsere Wünsche zwar äußern, aber wenig Tiefe da ist und dann beende ich mein Gebet mit der Hoffnung auf Segen. Mit der Hoffnung, dass Gott meine Situation verändern wird. Aber nicht mit dieser Einstellung, mit dieser Haltung des Sieges, wie wir es bei Jesus sehen. die Feinde kamen näher und Jesus wusste das und das hat ihn dazu geführt, dass er so leidenschaftlich gebetet hat. Ich habe neulich den Spruch gehört, Familie und Gemeinde ist nicht dazu da, um dich glücklich zu machen, sondern um dich zu töten. zu töten, nicht im physischen Sinne natürlich, aber mein Ego, meinen alten Menschen in mir zu töten. Und Gott lässt oft, weil wir oft nicht von selbst diese Sehnsucht haben nach dieser Fülle des Heiligen Geistes, lässt Gott oft Umstände in unserem Leben zu, die uns dazu zwingen. Bei Jesus war es anders. Niemand hat Jesus gezwungen. Jesus hat sich selbst entschieden, diesen Weg zu gehen, diesen Weg durchzugehen und dort in Gethsemane zu verharren und dem Heiligen Geist Zeit zu geben, dass er sein Herz wieder ausrichtet. Wir haben oft die Freiheit nicht, weil wir über Jahre Gott zeigen, dass wir nur eine Kampagne machen, wenn die Not da ist. Weil wir nur eine Kampagne und neuen Bibelleseplan beginnen, wenn mit den Kindern was schwierig ist oder wenn die Krankheit an der Tür klopft. Und oft Situationen, sei es in der Arbeit, sei es in der eigenen Ehe, sei es in Familie mit den Kindern, mit dem Weg der Kinder entstehen, die uns zwingen, dieses Gebet zu suchen. Und ich möchte Römer 8, Vers 28 lesen. Der ist ein Vers, der mindestens im Monat hier drei, vier Mal gelesen wird, aber so unglaublich kostbar ist und tief ist, weil er so schön zusammenfasst, was Gott in meinem Leben wirken möchte. Da heißt es in Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Der Erstgeborene, der Erste, der durch dieses Gethsemane durchging, damit ihm viele folgen. Und das ist so, das Ziel von Gethsemane ist die neue Schöpfung, dass die neue Schöpfung klar und sichtbar in meinem Leben erkennbar ist und dass es nicht diese Vermischung gibt zwischen diesen ganzen alten Motiven, die selbstzentriert sind, wo ich beleidigt bin, wenn Menschen mich nicht richtig behandeln, wo ich entmutigt bin, wenn die Umstände sich nicht schnell genug ändern und wo ich Gott suche, wenn ich Not habe, aber nicht begriffen habe, dass meine Bestimmung ist, diese enge Gemeinschaft mit Gott zu haben, in dieser engen Gemeinschaft verwandelt zu werden, in das Bild Jesu, wie wir gerade gelesen haben. Und wie schön es ist, wenn wir wissen, dass viele Dinge in unserem Leben passieren, wenn wir an Abraham denken, wenn wir an Josef denken, wenn wir an Hiob denken, nicht weil Gott zornig ist auf mich und mich jetzt verdammt, sondern weil er mir die Chance gibt, die Bestimmung meines Lebens zu erfüllen. Und das ist gewöhnlich unbequem. Jesus hatte diese seelischen Herausforderungen, die er bearbeitete. Was ich so schade finde an den Jüngern ist, was wir gerade eben gelesen haben, wie Jesus sie findet, wie sie schlafen, in Vers 45, in Lukas 22 hieß es, und als er, also Jesus vom Gebet aufstand und zu seinen Jüngern kam, fand er sie schlafend vor Traurigkeit. Er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Doch nicht jetzt. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Wie schade ist es, wenn wir passiv sind. Wir haben zwei Herausforderungen und das sehe ich immer wieder in meinem Herzen, aber auch bei Menschen, die ich kenne, wir haben große Herausforderungen, aber oft bedeutet das nicht, dass wir irgendetwas ändern. Wir sehen nicht viel Segen in unserem Leben, trotzdem suchen wir Gott nicht. Wir haben Probleme und Schwierigkeiten in unserem Leben, heißt aber nicht, dass wir irgendwie mehr beten. Wo der Schmerz erst eine Grenze erreichen muss, ein Niveau erreichen muss, der höher ist, als meine Passivität, damit ich wirklich was ändere. Und das ist dieses Bild der Ölpresse, wo so viel Druck auf eine kleine Frucht ausgeübt wird, damit diese ein, zwei Tropfen aus dieser kleinen Frucht rauskommen. So ist das oft bei uns, dass es so viel Druck braucht, bevor wir Gott wirklich suchen. Und dieser krasse Unterschied, wenn man fragt, warum waren die Jünger so müde? Jesus war sicherlich genauso müde. Es war ja nicht so, dass Jesus die letzten zwei Wochen irgendwie freigenommen hat, sich vorzubereiten. Nein, der war täglich im Tempel und hat gelehrt. Der hat jede Sekunde seines irdischen Daseins hat er genutzt. Und nachts war er auf dem Ölberg, hat sicherlich ein bisschen geschlafen, hat aber sicherlich auch viel den Vater gesucht. Und meiner Meinung nach, der Grund, warum diese Müdigkeit so übermächtig war für die Jünger, war dieser Mangel an Vertrautheit mit dem Vater. Wo wir bei Jesus sehen, wie er aber Vater betet. Aber wir finden nicht ein Wort, das die Jünger direkt an Gott richten. Die sacken nieder, wie ein schwerer Sack Kartoffeln und sitzen da und schlafen da. Völlig unvorbereitet und nicht fähig, ihr Herz zu öffnen, um Gott in diesen aktiven Dialog einzutreten, damit der Heilige Geist wirklich diese, diese, dieses Öl herauspressen kann. Und diese Vertrautheit kommt durch Vertrauen. Dass ich weiß, ich darf ehrlich sein und trotzdem liebt Gott mich. Trotzdem nimmt mich an. Und ich glaube, dass diese Jünger noch so stark ein Verständnis vom Alten Testament haben, vom einseitigen Alten Testament, wo Forderungen an sie gestellt werden, wo sie spürten, wenn ich ehrlich bin, kann ich es nicht leisten. Und das hat sie in eine falsche Religiosität gebracht, wo sie nicht einen Vertrautheit im Vater entwickelt haben. Wo sie vor Gott Dinge zeigen wollten und nicht diese Schwäche, wie es der Sohn Gottes hier vormacht, diese Schwäche, wo er sagt, in mir finde ich gerade nicht diesen Willen Gottes, dass ich ihn ergreifen könnte. Sondern ich finde in mir einen selbstzentrierten Willen, wovon ich weiß, dass er nicht gut ist. Und wie kostbar ist es, wenn ich ehrlich werde vor Gott. Wenn ich ehrlich werde, die Dinge in meinem Herzen, die da sind, die ich nicht einfach so durch ein Gebet wegbeten kann, sondern die verankert sind in meinem Charakter, in meinen Gedanken, Gedankenmustern, dass ich sie vor Gott bringe und vor ihm ausspreche. In Römer 2 gibt es so eine interessante Stelle, Römer 2,15, wo Paulus sagt, dass selbst bei Heiden ein Gewissen da ist, was vom Gesetz Gottes geprägt ist. Und da Gedanken sind, die sich entschuldigen oder verklagen. Und das ist so das Bild von einer Versammlung, von einem Parlament, von einem Bundestag, wo so viele Stimmen da sind. Und wenn du mal ein bisschen in die Politik schaust, es gibt crazy Parteien im Bundestag. Da gibt es Stimmen und liebe Politiker, die haben alles andere als Menschenrechte und Demokratie im Sinne, sondern gibt es Randgruppen, die sind gefährlich für die Demokratie. Die sind da, weil Menschen sie gewählt haben, aber die haben mit Demokrat nicht so viel am Hut. Und in meinem Parlament, die Stimmen, die sich hier oben auch manchmal melden, die haben manchmal wenig zu tun mit Liebe Gottes, sein Leben hingeben und Gott ehren und den Menschen höher achten als mich selbst. Da sind so viele rechtsextreme und lixextreme Gedanken und Stimmen in meinem Herzen oft. Sei es von meiner Vergangenheit, sei es von meinem Fleisch, von meinem Ego, sei es ein Flüstern von Dämonen, sei es aber auch das Wort Gottes, sei es der Heilige Geist. Und kürzlich hat jetzt die Regierung getagt, ist ja gerade ein bisschen herausfordernd, weil da so viele verschiedene Gruppen in der Regierung beteiligt sind, dass sie tatsächlich einen Konsens finden und eine gemeinsame Meinung, einen gemeinsamen Weg, womit jeder einigermaßen einverstanden ist. Und kürzlich hat das Parlament oder die Regierung 19 Stunden getagt, wo man merkt, wow, die hatten viel zu besprechen beziehungsweise da gab es 300 Mitglieder und 500 Meinungen. So oft ist das in uns so, dass diese verschiedenen Meinungen in meinem Herzen auftauchen und es ist die Frage, diskutiere ich so lange, bis ich einen Konsens habe. Und wir sehen bei der Regierung, wir sehen bei Jesus, dass er dreimal das Gleiche betet, das geht nicht immer einfach so, weil ich oft so festgefahren bin in meinen alten Gedankenmuster und den Heiligen Geist zwar höre, aber dem Heiligen Geist sagt, sorry, ich will es nicht. Und das ist erstmal okay, es darf ich sagen, soll ich sagen, es gehört zur Ehrlichkeit, aber es ist die Frage, höre ich dann auf und sage einfach, ich kann nicht oder bleibe ich dran, wie die Regierung, 19 Stunden zu diskutieren. Ich kann nicht jeden Tag 19 Stunden beten, aber ich kann in meinem Herzen einen Anspruch an den Garten Gethsemane haben, wo ich will, ich will mein Herz da hineinbringen, dass Gott seine Gesetze auf mein Herz schreibt. Das ist ein Teil des neuen Bundes, was Gott versprochen hat, wenn ich in die Ölpresse komme, wenn ich den Heiligen Geist bitte, seine Gesetze auf mein Herz zu schreiben, seinen Willen, seine Wünsche, seinen Charakter auf mein Herz zu schreiben, dann wird er es tun. Außer, ich bin nach 10 Sekunden schon wieder weg. Ich bin nach 10 Minuten schon wieder weg. Ich öffne mein Herz nicht, ich werde nicht ehrlich. Dann kann der Heilige Geist mit seinem Stift nicht auf mein Herz schreiben. Und wie schön es ist, Menschen, die im Gebet verharren, nicht, weil sie nur um Segen betteln, sondern die Gemeinschaft haben und merken, der Heilige Geist reinigt mein Herz. Er schreibt seinen Willen auf mir, sodass ich am Ende dieser Gebetszeit dann tatsächlich eine Liebe habe für Menschen, die mir Böses getan haben. Das ist der Anspruch. Nicht, dass ich nichts Böses zurücktue, sondern, dass ich sie liebe. Und das sehen wir in der Bibel immer. Vielmehr die Betonung auf die Wurzel als auf die Frucht. Auf den Willen als nur auf die Werke. Ich sage meinen Kindern immer wieder, nicht einfach nur, hör auf zu schreien, hör auf zu kratzen, zu schlagen, tu das nicht, keine Fensterscheiben einschmeißen, du sollst die Mama nicht mit Essen bewerfen, sondern ich sage ihnen, hey, wir dienen einander, wir lieben einander. Ich habe letzte Woche das so schön bei meinen Söhnen gehabt und war erstaunt, was für ein Verständnis Kinder davon haben, den anderen höher zu achten als ich selbst. Ich dachte mir bisher manchmal so, das ist noch zu hoch für einen Dreijährigen. Nein! Ein Dreijähriger kann schon lernen, was es heißt. Jesus sagt, wir sollen dem anderen mehr dienen als uns selbst, mehr danach besorgt sein, dass es dem anderen gut geht als mir selbst. Dabei werde ich natürlich nicht unwichtig und ungeliebt und wertlos. Ich bin keine Fußmatte, aber diese selbstlose Einstellung, die ist so extrem wichtig und das sehen wir hier bei Jesus, dass er viel mehr darauf pocht, dass mein Wille in die richtige Richtung kommt, als dass nur meine Werke oberflächlich richtig gestellt werden. Gott will nicht unseren Willen brechen. Er ist nicht jemand, der kommt mit Drohung. Wir finden nicht hier einen Engel, der sagt so, ah Jesus, du willst hier quasi also nicht den Willen Gottes tun. Wenn du das nicht tust, dann wirst du nicht in den Himmel wieder aufgenommen werden oder dann bist du nicht mehr mein Sohn. Gott kommt nicht mit Drohungen um die Ecke, sondern er will mein Herz und mein Herz werben, um mich in diese Zusammenarbeit einzuladen und dafür brauche ich eine Übereinstimmung von meinem Herzen, von meinem Charakter, von meinen Motivationen. Gethsemane ist der Sieg über die Angst und die Selbstbezogenheit, die sich verwandelt von dieser Angst in diesen selbstlosen Mut und die Liebe zu Gott und den Menschen. Und das ist so schön, wenn ich in diesem Gethsemane bleibe, wo mein Herz durchgeknetet wird und gedrückt wird, dann ist dieser zweite Aspekt der Salbung nicht nur das Geschenkte, sondern das das Gepresste, wo ich unangenehme Situationen in meinem Leben nicht einfach wegbeten will, nicht einfach aus den Augen, nicht einfach nur den Computer anmache oder Fernseher anmache um mich abzulenken, sondern wo ich mich zur Verfügung stelle. Und wie schön ist das, wie viel Frieden habe ich, wenn ich Herausforderungen habe, aber weiß, dass Gott mich führt. Wo ich Probleme nicht einfach wegbete, sondern an Römer 8, 28, 29 glaube, dass die Herausforderung meines Lebens, selbst mein Versagen und das Versagen meiner Mitmenschen dazu dient, dass ich verwandelt werde. Aber verwandelt werde ich nur in der Ölpresse. Wenn ich sitzend, schlafend in Gethsemane sitze, dann tut sich nichts. Schlimmer noch, ich verpasse Ostern. Und das sehen wir dann leider bei den Jüngern, dass sie erst Gethsemane verschlafen, dann Jesus verlassen, Petrus völlig überreagiert, sein Schwert zieht, dem armen Mann das Ohr absäbelt, dann verleugnet und dann verstecken sie sich und sie zweifeln, nicht nur der arme Thomas. Und wir sehen es so überraschenderweise selbst, nachdem Jesus 40 Tage immer wieder erschienen ist, dass am Ende in Matthäus 28, 17 immer noch etliche Zweifeln, als Jesus gerade in den Himmel fuhr. Wo einige vielleicht zurück zu diesem Gethsemane gegangen sind, erlaubt haben, dass der Heilige Geist ihr Herz verwandelt, aber viele nicht. Und wie schade ist es, eine Gemeinde, wo viele zweifeln, wo viele nie in Gethsemane wirklich waren. und wenn, dann nur kurz vorbeigeschaut haben, gemerkt haben, oh, das ist nichts für mich, das ist ein bisschen zu unbequem, da gehe ich lieber wieder. Wie schade. Jesus sagt, steht auf und betet. Was ist also dieser Wille Jesu gewesen, den die Jünger verpasst haben? Es ist ein Leben ohne Angst. Mit dieser Mentalität eines Kriegergottes. Nicht einfach nur ein Nachfolger, nicht nur jemand, der an etwas glaubt, sondern ein Repräsentant des Königreich Gottes. Und ja, ich will uns einladen, dass wir dieses Ostern nutzen, dass wir in unserem Zimmer, zu Hause oder jetzt ehrlich sind vor Gott und bitten, dass der Heilige Geist uns hilft, diesen vollkommenen Prozess von Gethsemane durchzumachen. Nur dann wird das Öl fließen. Nur dann werden wir sehen, dass Ostern wirklich auch für meine Mitmenschen einen praktischen Nutzen hat. Sonst wird das nur eine Lehre sein. Jesus ist auferstanden, Halleluja, aber es ist nicht Realität in meinem Leben. Es ist nicht Realität in meinem Leben, besonders wenn Herausforderungen kommen. Und ich lade uns ein, aufzustehen, dass wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns tiefer führt. Dass er uns tiefer führt in der Verwandlung und wir sehen, Jesus selbst nach drei Jahren Dienst hat er die tiefste Gethsemane Erfahrung überhaupt. Das heißt, selbst wenn du schon 30 oder 300 Monate Christ bist, ist ein Gethsemane noch da, das auf dich wartet, wo du tiefer in das kommen darfst, was Gott für dich hat. Das ist die Verheißung und dieses Versprechen, dass er dich verwandeln will. Wenn du bisher sagst, mit Römer 8 ist noch nicht weit her in meinem Leben bisher, da sieht man noch nicht so viel, dann hast du noch nicht alles erlebt, was Gott für dich hat. Dann habe ich noch nicht alles erlebt, was Gott für mich hat. Und lasst uns dafür beten, dass wir diese Kühnheit haben, Gethsemane auszuhalten, damit wir dieses ganze Ostern auch wirklich erleben, dass wir wirklich erleben, wie der Heilige Geist, wie der Geist der Auferstehung in unserem Leben wirkt. Vater, ich danke dir für diesen Tag, wo wir viel empfangen dürfen von dir. Ich bete, Vater, dass du uns diesen Ekel und diese Abneigung gegen Gethsemane nimmst und uns zeigst, was für eine Herrlichkeit erlebbar ist, wenn plötzlich das Öl fließt, wenn plötzlich diese Freude zu vergeben da ist, plötzlich dieser tiefere Blick auf den Wert des Menschen, auf die Berufung des Menschen, der mir vielleicht viel Böses angetan hat, wo ich aufhöre, kritisch zu reden, über Menschen, die mir nahestehen, wo ich aufhöre, Fehler zu suchen und vielmehr danach bestrebt bin, ihre Berufung voranzubringen, wo ich wie Paulus in Galater 4, 19 sage, dass ich erneut Geburtswehen leide, erneut Gethsemane leide, bis mein volle Fülle an Christus in meinem Leben erlebe. Vater, ich bete, dass wir uns ausstrecken nach mehr von dir, nicht einfach nur irdischen Segen, meinen Umständen und Emotionen, sondern diese Fülle des Heiligen Geistes, der Christus so sichtbar und praktisch erlebbar machen möchte für mein Umfeld. Und ich bete, Heiliger Geist, lehre uns, wirklich Zugang zu dir, diesen Zugang in Anspruch zu nehmen. Lehre uns, ehrlich zu sein, lehre uns, diese Vertrautheit mit dem Vater zu begehren, wo wir wissen, dass du uns bedingungslos liebst, bedingungslos annimmst, weil wir deine Kinder sind. Vater, wir beten, dass Ostern sichtbar wird in unserem Leben, in unserer Gemeinde und auch in unserem Land. Amen.